Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich dich nicht aufschlitzen soll, sag einfach, töte sie. Sag, dass ich weiter töten soll. Dann kann ich dich verschonen. Aber wird die Vergangenheit sie loslassen? Wieso passiert das alles? Wieso unternimmt niemand etwas dagegen? Brian? Zwei Jugendliche werden vermisst und das Mädchen taucht tot mit Schnittwunden am Körper wieder auf. Lass nicht zu, dass mir was passiert. Keine Sorge, ich passe gut auf dich an. Ein Museum? Die Besucher sind besessen von Serienmördern. Bishop ist tot. Das weiß ich, ich bin nicht wahnsinnig. Hallo? Wer läuft davon? Könnte es sein, dass Sie glauben, Sie hätten Bishop gesehen, weil er in Ihrem Kopf existiert? Wo ist Ihre Nichte, Jo? Ich hab keine Ahnung! Auge um Auge. Und Zunge um Zunge. Scar 3D Es wird nie aufhören. Demnächst im Kino.